Willkommen zurück zu Let's Play Doom 3 Resurrection of Evil Und ja, die Hölle ist erneut ausgebrochen und ihre sind hier und schießt auf uns Natürlich anders als beim letzten Mal Müssen wir hier natürlich sofort, worauf wir uns einlassen Großer Gott, wie viele kommen denn da? So, wir wissen auf jeden Fall schon mal, dass der Dingensstrahler hier nicht ewig hält Also es ist nicht wie die Gravity Gun Oh, nicht solche What the fuck? Was in drei Teufels Namen Jetzt kommt direkt die nächste Welle mit Fällt sich ähnlich wie ein Impen, nur noch schneller Aber wenn das nicht meine Freunde sind What the fuck? Willkommen zu deinem Tod, Sterne Der Dude sieht aus wie ein... ...fucking... 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 Ähm, wie machen wir das am besten? Ähm, 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 ähm... Ja, das ging schon mal gewaltig daneben Laden Mhm, das war schon direkt der erste Bossfight Also ungemütlich Also ungemütlich So, Feuerball in your face So, Feuerball in your face Toll, hab ich überhaupt immer mehr erwischt So, Feuerball in your face So, Feuerball in your face Warum hier, hässliches Mystery? Das ist wirklich so, der perfekte Back-One-Shotter auf Doom So Braus geht's, man trifft auch So, Schild Mehr Power You do not scare me hell So, nur zur Sicherheit Save ich einmal hier vorne ab So Jo, wir wissen ja, was uns hier erwartet Ja, das ist eine ganz coole Megashow Oh, Moment Ich hab ne Ahnung, was ich machen muss Kreativ Okay, komm, komm Oh, komm mir bitte nicht zu nah hier Stirb endlich an Ultra Ultra Alien Plasma Feuer Ja, ich hab schon ein Kill, du nicht Marine Hallo Marine Antworten Sie Signalstärke wieder auf Sendetwegel Hören Sie gut zu Wir machen das hier nicht zum ersten Mal Aber ich brauche mehr Details Das Artefakt enthält offensichtlich unglaubliche Energie Vielleicht ist das die Quelle dieser Invasion Bringen Sie es unter allen Umständen zu mir Ich verständige die anderen Warum sollte ich das zu denen bringen Sag doch einfach Zerstör das Artefakt Boom Ich ahne sowieso Das ist noch nicht fertig Ich bin hier mit den Zombies Okay Was hat das jetzt gemacht? Das ist ein Boss Das war dieser komische Hugspa-Symbol Von dem wird ja anscheinend auf mehreren Tafeln berichtet Das finde ich jetzt aber dezent cool So, wir sind raus da Verwende die Energiezelle, um den Transportlauf zu starten Okay Das ist also praktisch so eine Art Superfähigkeit Nasser Weg Schmieriger Fucking Demo Direkt so Hey Awesome Bootser Guten Tag! Sonst ist da irgendwas was ich runterwärm? Okay. So dass ich den Strom wieder anschalten, indem ich am Computer... What the fuck? Hallo? Ähm... Lass dich nicht stören. Ey! Man schmeißt dich mit Leichen! Das gehört sich nicht! Keine Manier hier. Auf! Zum Glück verhält sich dieser Gegner genauso wie ein Imp! Oh! Munition! Stimmt! Jetzt kann man ja wieder auf Spinde achten! E-Mails! Schließfächer! 5, 1, 6 sollte funktionieren! 5, 1 und 6! Guten Tag! Munition! Guck mal, dass hier vorher alles an heavy Waffen rumgelegen hat. Guten Tag, Sir! 1, 2, 3, 2, 1... Das hier vorher alles an schwerer Munition rumgelegen hat und dann jetzt plötzlich gar nichts mehr. Wow! Was sind wir wieder da... Oh. So! Killed them all! Damn Demons Meins Energie ist aus Hier schon wieder Au Und hoch hier Hallo Aber wenn ich zur Sicherheit gehöre Ich bin ja Marine Warum sehen die nicht so aus wie ich Ich hätte gerne auch eine schwarze Rüstung Charmant Okay ich habe schon den Durchgang gesehen Energie zähle einsetzen Ich habe keine Energie zähle Oh So Lift rufen Was ist du da eigentlich am Bau? So Ich bin zwar jetzt nicht sehr deckungsmäßig gerade Ich habe den ersten Boss getötet Ich bin ein Boss Von daher ist mir Alles gleichgültig Moment aber man kann da hoch Das sehe ich Genau So Kann da rauf Hopp 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 Kiste Auf die Kiste Stuff Herz Absorbiere diesen Mann Meine Hände sehen verschrumpelnd aus Ich sollte antifaltencreme Blotzen Bis zu Okay Leute dann erstelle ich diesen Part erstmal beenden Ich danke vielmals fürs Zuschauen Ich hoffe es hat euch gefallen Bis zur nächsten Folge Ciao Bis zum nächsten Mal